Hallo Freunde, Fans und treuen Abonnenten dieses Kanals, ich bin es wieder euer Raysy und nach dem Video von GT Sport gibt es jetzt ein Video aus aktuellem Anlass in Zusammenarbeit mit dem Siegfriedbrunnen, denn der Eventplan ist raus bis Mitte November und ich dachte das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt euch die ganzen Events mal vorzustellen. Ich werde die auch im Hintergrund nochmal kenntlich machen visuell, dass ihr da nichts verpasst, dass ihr euch euer Lieblingsevent rot im Kalender anstreichen könnt und vielleicht sehen wir uns ja bei dem einen oder anderen. Also los geht's, ich habe es hier ganz professionell auf meinem Handy, ich hatte es auch schon angekündigt die letzten Wochen mit dem letzten Video, das Spanfergelessen mit Oktoberfest. Morgen findet es statt, 14.10. ab 19 Uhr. Letzter Stand war, dass noch wenige Plätze frei sind fürs Spanfergelessen, gerne nochmal nachfragen, ganz kurzfristig auf schnelle Welle, wenn da noch Interesse besteht oder halt wenn nicht, dann einfach zum Oktoberfest kommen, wann ihr Bock habt. Das ist morgen merken. Dann haben wir Samstag, den 21.10. ab 19 Uhr die Surprise Night. Ein mega geiles Event meiner Meinung nach, war schon ein, zwei Mal selbst mit dabei. Da muss man saufen, um Chancen zu haben, was zu gewinnen. Es gibt Sachpreise zu gewinnen. Je mehr ihr trinkt, desto größer sind eure Chancen. Beste Kombi der Welt. Also probiert es aus, kommt vorbei, es ist mega nice. Wenn ihr auch 20.21 Uhr kommt, könnt ihr da immer noch mit einsteigen. Ich kann euch nur so viel verraten, es hat was mit Bingo-Karten zu tun. Mehr will ich gar nicht verraten. Lasst euch überraschen, wie es der Name sagt, Surprise Night. Ich habe da Bock, da werde ich wahrscheinlich am Start sein, zu 95%. Dann, was haben wir noch? Dienstag geht es dann weiter. Der 31.10. Halloween. Halloween-Party ab 22.30 Uhr. Vorher noch Champions League. Könnt ihr auch natürlich vorher kommen, euch hochklassigen Fußball anschauen auf der Leinwand. Gönnt euch ein Fassbier, ein paar kurze Shots. Ein Checky Cola, was euer Herz begehrt und dann, wenn ihr Bock habt, bleibt ihr noch ein bisschen, denn dann wird eine Halloween-Party gefeiert. Auch 31.10. merken ab 22.30 Uhr vorher, wer Bock hat, Fußball Champions League. Dann kommen wir auch schon zum November. Der 1.11., das ist ein Mittwoch unter der Woche leider, ab 15 Uhr. Für diejenigen, die gerne Karten spielen, ist da Preissgart angesagt an dem Tag. Gibt es auch Sachpreise zu gewinnen und nach meiner Kenntnis, wenn da noch mehr Fragen sind, gerne auch nochmal vielleicht in die Kommentare schreiben, was ich Details klären kann und die dann in den Kommentaren beantworten kann. Weil große Details habe ich dazu jetzt nicht. Das ist wirklich nur der grobe Eventplan, der dann ansteht. Aber Preissgart 1.11. ab 15 Uhr. Wer da Urlaub hat, wer da Zeit hat, kann ja mal vorbeikommen. Dann haben wir Samstag, den 4.11. ab 20.30 Uhr ein Kickerturnier. Darauf bin ich sehr gespannt. Samstagabend, geile Kombination, trinken, 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 kickern. Wenn es da genauere Infos gibt, wird es dazu nochmal ein separates Video geben. Also da habe ich auf jeden Fall Interesse dran. Und mal abwarten, was das Ganze so bringt. Auch merken den 4.11. Dann haben wir am nächsten Tag, Sonntag, 5.11. ab 14 Uhr, um ein bisschen runter zu kommen. Bingo Time ist auch ein Event, was jetzt auf dem Eventplan steht. Wenn Interesse besteht und genauere Infos draußen sind, werden die auch nochmal in einem separaten Video kundgetan, beziehungsweise auf Facebook gepostet. Aber nur schon mal, dass ihr es hier gehört habt. Samstag, den 11.11. ab 20 Uhr gibt es die Casino Night. Darauf bin ich sehr gespannt. Kann mir noch nichts darunter vorstellen. Wenn es da genaueres gibt, wird es auf jeden Fall zu einem Video kommen, weil daran bin ich sehr interessiert. Klingt sehr spannend und werde wahrscheinlich dort auch vor Ort sein. Und auch einer meiner Lieblingsevents, Karaoke Time, wieder am 18.11. ab 18 Uhr. Diesmal wieder ab 18 Uhr. Freut mich immer sehr, wenn das Event stattfindet. Merken, 18.11. 18 Uhr, das nächste Karaoke Event Mitte November. Ich hoffe, wir sehen uns bei dem einen oder anderen Event. Es ist wirklich viel Cooles dabei. Wir sind versorgt in den nächsten Wochen. Und würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen aktiven Abonnent dort treffen würde. Und ja, Grüße gehen raus. Danke für eure Treue. Liken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.